Weg, 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 weg! Puh! Sehr nice! Ha! Hey VR-Gamer! Ich bin Delorin787 und ich bin seit langem mal wieder in Until You Fall. Wirklich eins meiner Lieblings-VR-Games. Es schaut einfach nur total klasse aus. Musik ist cool und das Gameplay generell ist geil. Wenn man sich auspowern will, ist man hier genau richtig. Jo, ich kann hier, glaube ich, ein bisschen was leveln. Ich muss mal gucken, ob ich mein Schwert leveln kann. Das kostet 100. Wir haben 113. Wunderbar. Kann ich gleich nochmal eine Stufe aufwerten. Meine Axt, die ist schon gut dabei. Die nächste Stufe für die Axt kostet 250 Acer. Da muss man ein bisschen sparen. Und los geht's! Ja Leute, bis zum zweiten Boss bin ich bis jetzt leider noch nie gekommen. Ich versuche das heute mal mit euch zusammen. Aber ich kann euch nicht versprechen, ob das klappen wird. Es hängt hier echt sehr, sehr stark an dem Loot-Glück hier ab. Was wir bekommen. Das schaut schon mal nicht so toll aus. Dann nehmen wir uns direkt Acer mit, damit ich die Axt mal wieder leveln kann hier. So, fangen wir mit den Kleineren hier an. Danach kommst du. Kein Dash mehr. Da war doch auch noch einer, oder? War da einer? Ne, da war keiner. Und immer schöne lange Schläge machen, umso mehr Energie verliert der Gegner. So, und das schaut auch nicht so prickelnd aus hier. Was gibt der hier? Guard Damage, Maximum Heals, das ist nicht gut. Das machen wir ja. Zweimal Super Charge, das ist echt gut. Dann ladet sich unsere Super-Fähigkeit bei der Waffe schneller auf. Okay, gleich mal hier ein Ninja. Komm her. Oder ein Samurai, besser gesagt. Was sag ich hier Ninja? Komm her. Ahm. Ja, das war schon mit ihm. Lauter Fallobst hier. So, jetzt wäre es nice, wenn ich extra Leben bekomme. Maximum Heals, vier. Und Spaß ist nice. Genau, den brauchen wir. Jetzt haben wir vier Leben. Optimal wäre nochmal so einer. Ja. Also Leute, wer echt mal hier ein bisschen Workout braucht, der ist in dem Spiel hier genau richtig aufgehoben. Danach brauchst du erstmal eine Dusche. Komm, komm. Wichtig ist halt, wirklich bei den Gamen, habe ich schon öfter gesehen, dass das viele Leute falsch machen. Man muss sich sehr aufs Blocken konzentrieren. Easy. So. Was nehmen wir uns hier? 16 Acer. Oh, das ist nice. Das nehmen wir mit. Jetzt sind alle beiden Supers wieder fertig. Bam. Komm, wir haben erst einen kleinen. Okay, er blockt. So, und jetzt kommt wieder der hässliche Große hier. Den mag ich überhaupt nicht, den Typen. Komm, komm. Der war nice. Komm her. Auf geht's. Oh. Oh, das war knapp. Sehr nice. Wohin, wohin, wohin? Wohin, wohin? Muss nur aufpassen. Muss nur aufpassen, wohin er sich ducken muss. Ah, jetzt hat er mich einmal getroffen, der Sack. So, kommt bitte noch ein Leben. Nee, leider nicht. Es sind wieder 16 Acer. Sockel sind voll. Guard Damage. Machen wir hier auch. Ein super Charge. Auf Schwert. Das ist nämlich hier Schild. Können wir für den Boss gut gebrauchen. Wir sollten jetzt wirklich aufpassen, dass wir nicht mehr zu viel Leben verlieren. Denn beim Boss sind wir gleich. Dann haben wir es da wesentlich entspannter. Wir können uns doch ein paar Fehler erlauben. Oh, nicht nochmal so einer. Komm her. Wow. Komm, frei fahren. Wow. Ich dachte, ich muss mich ducken. Sehr nice. Komm her. Oh, verpasst. Sehr nice. So muss das. Hab ich dich gleich. So, einmal noch. Katern. Auf geht's. Jawoll. Weg mit dir. So, bitte extra leben. Ne, aber wir können unser Leben zumindest auffüllen. So, und da sind wir schon mit dem ersten Boss. Dann schauen wir mal, ob wir den hässlichen da besiegen. Komm her. Komm, komm. Mach hier kein Theater. Wollen wir gleich mal schildern. Sehr schön. Ich muss nur mit dem Kabel gerade aufpassen. Ich drehe mich doch ganz gerne mal selber mit. Ah, fuck. Ich hab mich doch auf die Seite geduckt, man. Wow. Das war voll daneben. Wir können ruhig immer zwischenzeitlich sein Schild runterklopfen. Wo ist er hin? Ja, okay. Zwischenphase. Ein paar kleine Gegner besiegen. Der macht hier ein Theater. Ach, das ist nicht gut. So, komm her. Bam. Er blockt. Okay, super, ist fertig. Schild leider noch nicht. Wo kommt er? Da kommt er. Alles abgewehrt. Jawohl. Komm her jetzt. Viel hat er nicht mehr. Wo? 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 Die Phase ist so ätzend. Man muss so aufpassen, wenn der... Wenn's wild zum Wackeln anfängt, direkt weg. Wo? Er hat geblockt. Weg, weg, weg. Wo? Weg, 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 weg. Schild hab ich immer noch nicht ready. Aber gleich. Wo? Wo? Du assi. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Puh. Sehr nice. Ha! Verschwinde, du assi. Puh, Leute. Mal gucken, was wir kriegen hier. Pursue it deeper into the forest, before it can recover. Auf geht's. Ich will was G'scheits. 110 Acer. Das lass ich mir eingehen. Als Belohnung für den Boss. So. Ich richte mich mal ganz kurz wieder neu aus. Hier. Und weiter geht's. Ja, die sind jetzt wirklich ätzend, Leute. Okay. Die schießen hier so Teile. Ja, genau. Nein! Wow! Das war jetzt mehr Glück als Verstand. Das war jetzt hier ein bisschen durcheinander. Aber egal. Wir haben es geschafft. Leben auffüllen. Oder wie sei es, Acer. Leben auffüllen. Okay. Wir nehmen erstmal den linken hier. Okay. Oh. Oh, oh, oh. Ey, Sumpja. Schleicht sich da von hinten an, der Typ. Jetzt kommt der nächste. Autsch. Konzentration. Abwechslung. Jeder kommt mal dran. Keine Angst, Jungs. Ah, fuck. Jetzt muss ich erstmal weg hier. So. Nächster. Wow. Hey, 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 Leute. Das geht gar nicht, wenn ihr da zu zweit auf mich losgeht. Cool. Jetzt muss ich echt aufpassen, sonst war's das. Oh, so lang. Jetzt machen wir erstmal den kleinen da weg. Okay, komm, komm. Keine Fehler machen. Und danach am besten ein Heilungskristall. Sehr schön. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch überlebe. Puh, ja, sehr nice. Blasch. Wieder voll. Mal gucken, vielleicht sehe ich diesmal das erste Mal den zweiten Boss. Ich glaube zwar noch nicht ganz dran, aber... Naja. Wir gucken mal. So, jetzt sind hier wieder zwei von den scheiß typischen Kleinen. Zwei kleine. Boah, das war knapp. Wir machen schon ordentlich Schaden, die Scheißer. Nein! Boah! Einer weg. Boah! Nein! Scheiße, Scheiße! Komm, komm, komm! Lauf nicht weg! Okay. Jetzt können wir uns auf den konzentrieren. So schlimm war's gar nicht. Weg mit dir. Good work! Good work! Okay, was bekommen wir? Extra leben wir nice. Leider nicht. Dann nehmen wir Acer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. So ein scheiß Ninja-Typ hier. Nein! Boah! Das ist schön gegen die Wand, das ist gut. Okay, nehmen wir Acer-Typ hier, komm her. Wo ist er hin? Gut, dass die nicht viel aushalten. Ach, falsche Richtung. Erstmal den Ninja-Typi. Ach, sehr nice. Komm, stirb! Jawoll! Kein Problem. Bitte extra leben. Bitte, bitte. Nein, das gibt's ja nicht, ey. Boah, Leute. Das wird echt knapp. Oh mein Gott. Der schaut übel aus. Oha, der brennt, man. Den hab ich noch nie gesehen bis jetzt. Oh, fuck. Okay, der ist heftig. Aber egal, wir werden den auch schaffen. Wow, bei dem muss man auch ausweichen. Okay, kein Treffer mehr. Oh, wow. Shit, shit, shit. Schild. Wow, was hat der gemacht? Wow. Sehr nice. Wuh, Leute. Langsam komm ich echt ins Schwitzen hier. Das gibt's nicht, ey. Das spiel meins aber echt grad nicht gut mit mir. Aber wir haben jede Menge Acer. Das heißt, danach kann ich erstmal Waffen upgraden. Oh nein, nicht schon wieder so einer. Und ich hab nur noch ein Leben, ey. Ich glaube, das wird hier meine Endstation. Fuck. Vielleicht noch ein Super draufhauen. Ah, komm, ey. Ah, die sind übel. Jo, Leute. Das war echt ne anstrengende Runde. Ich will nicht wissen, wie du beinand bist, wenn du hier ganz am Ende bist. Und wir waren echt kurz vorm zweiten Boss. Echt schade. Aber hat richtig Acer gegeben. Das ist sehr geil. Rise again. Wir machen jetzt noch zusammen ein Waffen-Upgrade. Okay. Meine Axt. 250. Was kostet die nächste Stufe? 500. Ja, komm, ich lass das mal. Das ist ne gute Frage. Komm, ich mach hier das Schwert. Einmal zumindest. Jo, Leute. Dann hätte ich gesagt, dann war es das von meiner Seite. Ich brauch immer noch ein bisschen Übung. Und ich mach definitiv nochmal ein Video davon. Vielleicht schaff ich es dann bis zum zweiten Boss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst bitte einen Daumen hoch da. Habt ihr unseren Kanal noch nicht abonniert? Wäre es schön, wenn ihr ein Abo da lasst. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao.